Ja, wir befinden uns hier in der Fabrik, die 1895 in Herford von meinem Urgroßvater mütterlicherseits gegründet worden ist als erste Herforder Keks- und Biskuitfabrik, die seit den 60er Jahren ausschließlich Schokolade erstellt. Ja, unser Unternehmen ist ein mittelständisches Unternehmen, eigentlich eines der kleineren oder kleinsten selbstständigen Schokoladenunternehmen, die es in Deutschland noch gibt. Wir existieren deshalb, weil wir es früh verstanden haben, unser Unternehmen auf drei verschiedene Säulen zu stellen. Eine Säule ist der Bereich Fair-Trade-Schokoladen, die andere Säule ist der Bereich Bio-Schokoladen und die dritte Säule ist der Bereich Schokoladen für große Handelsunternehmen, also Private-Label-Produkte. Schokolade ist ein wunderbares Produkt. Fast alle Menschen, die ich kenne, lieben Schokolade. Deswegen macht es auch besonderen Spaß, in diesem Bereich tätig zu sein. Und zum Bereich Schokolade gehört natürlich auch ganz wichtig das Thema Nachhaltigkeit. Zum einen, weil wir hier mehr als 300 Menschen beschäftigen. Zum anderen, weil unsere Rohstoffe ja auch viel aus Ländern der sogenannten dritten Welt kommen. Darum kümmern wir uns sehr intensiv. Ich finde wichtig, dass Leute, die im Bereich Schokolade tätig sind, wissen, wie die Menschen, die in den Kakao-Anbauländern leben, wie die dort leben, wie die arbeiten müssen, unter welchen Bedingungen, damit sie auch hier vor Ort begreifen, was wir tun müssen, damit es den Menschen dort besser geht. Na ja, Schokolade ist halt, weiß jeder, das Thema Kakao-Ursprung, Kinderarbeit und so weiter, da ist es halt sehr populär geworden. Das ist der Hauptfaktor, um den man sich kümmern muss, nämlich einmal Kinderarbeit, gerechte Entlohnung der Kakaobauern. Angefangen hat diese Bewegung, glaube ich, mal mit Bananen im Fairtrade-Bereich und Lebensmittel. Und mittlerweile betrifft es die ganze Rohstoffwelt. Und man schaut halt, dass man die Hintergründe kennt, wo man bezieht, wer sie herstellt und wie sie transportiert werden. Also in Herford stellen wir Schokolade her, als eines der wenigen Unternehmen tatsächlich noch teilweise von der Kakaobohne an. Das heißt, wir rösten die Kakaobohnen, zermahlen die Kakaobohnen, dann werden sie mit allen anderen Rohstoffen, Zucker, Milch und so weiter gemischt. Dann wird zerkleinert, conchiert und dann werden die Tafeln abgeformt, eingepackt und dann geht es raus in die Welt.